So, da haben wir auch schon fast die Hälfte des Dezimbers, also unseres Adventskalenders. Heute ist der 10. Dezember und wir laufen mal runter und gucken, was es denn heute alles so tolles da unten gibt. So. Gestern haben wir ja hier die Weihnachtsbeleuchtung, also den Redstone so ein bisschen angebracht. Da wurden wir aber nicht ganz fertig. Guck, ihr seht, das geht nur bis hier von da vorne. Und mal gucken, was uns heute so erwartet, da sehe ich doch schon die 10. So, einmal ein Buch. Na, das hat auch gefehlt, Redstone, und die Verstärker kann man auch gebrauchen. Okay, gut. 10. Dezember 2013, du bekommst heute noch mal 64 Redstone von mir, dann müsstest du die Weihnachtsbeleuchtung abschließen können. Außerdem gibt es noch 20 Repeater. Oh. Da hat er wohl etwas übertrieben mit 64 Repeater, aber uns soll es doch egal sein. Lass uns jetzt erst mal weiterbauen, da vorne. Oh, ich bin noch im Kreativmodus. Entschuldigung, Leute. Jetzt haben wir keinen. Jetzt fehlt uns ein Hebel. So, und jetzt wieder. So, das brauchen wir eigentlich eh nicht mehr, deswegen können wir das auch zubauen. So, und so, und so, und so, und so. Ja, dann hätten wir es auch. Jetzt will ich nur das noch ein bisschen anders verkabeln. Also, das heißt, das ist, das, das, dann... Ja, haben wir... Ja, haben wir... Wir haben echt keine Schaufel, das ist... Mist. Oh. Ach ja, hier ist ja diese... Genau. Noch etwas hier runter. Und... Komm ich da irgendwie dran? Ja. Machen wir mal so. So, 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 hier ist dann der... Mal gucken. Und dann geht's hier hoch. So, wohin geht's? Jetzt sitzen wir hier nochmal ein. Hier. Hier ist immer noch. Jetzt setze ich mal hier einen hin. Und hier einen hin. Hier einer, und dann muss das auch reichen, oder? Ja. Das reicht. Jetzt gucken wir mal. Das mach ich jetzt einfach mal. Wie das denn so von oben ausfällt. Na ja, das bedeutet dann eben halt so ein bisschen den Boden. Mehr aber auch nicht. Vielleicht können wir das auch noch ein bisschen verschönern. Jetzt aber erstmal nicht will ich sagen. Hier können wir zumachen. Hier ist wohl auch so ein bisschen... Verstecken wir das ganz normal. Oder nee, lass mal, dass es sieht ungeschlempig aus. So, ich jemals schnell wieder in... den Survival-Mailout und... den Blick wieder einsammeln. Und ja, das war's für heute. Mehr hat er ja nicht gesagt. So, das war's. Bis zur nächsten Folge. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal. just